Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, was das jetzt sein soll alles. Und zwar habe ich auf Instagram herumgestirbt, so wie man das halt macht. Und bin auf Glitzerbomben gestoßen. Und deswegen machen wir heute Glitzerbomben. Und die, die nicht wissen, was Glitzerbomben sind, ich blende euch jetzt ein Video an. Ja, das machen wir jetzt. Und ja, dann lasst uns anfangen. Steckschaum oder auch Blumenschaum genannt. Den findet man in einem Blumenladen oder in Baumärkten. Aber ich habe meine von Teddy her. Der hat 1 Euro gekostet. Und dann braucht man noch ganz viel Glitzer. Ja. Als erstes, glaube ich, müssen wir ein Glas nehmen. Also man kann auch so ein Loch reinschneiden. Aber ich nehme jetzt ein Glas. Drück das so rein. Das fühlt sich so cool an. Ich habe hier jetzt ein Loch reingemacht. Und da habe ich schon eine große Schüssel Wasser hergestellt. Ich bin es ja vorbereitet. Und lasse sich da so rein dauchen und aufsaugen. Oha, das geht urschneid. Ich dachte, das da geht, ne? Das ist urschwer. Oha. Das ist ja mega schwer. Gott sei Dank habe ich das Wasser warm gemacht. Ich glaube, der hat sich jetzt ziemlich aufgesorgt. Der ist jetzt ziemlich schwer. Der wiegt sicher 1 Kilo jetzt. Ich habe jetzt noch was schneiden geholt. Und zwar hatte ich die noch von meinem letzten Schleim-Video übrig. Und zwar habe ich solche Früchte. Die werde ich wahrscheinlich auch so rein geben. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich anfange. Ich fange mit Silber an. Wow. Jetzt müssen wir es einfach nur so dekorieren. Und jetzt müssen wir es einfach nur so dekorieren. Jetzt... Mir ist der Stabbel reingefallen. Okay. Jetzt ist die letzte Flasche Glitzer. Und die werde ich jetzt hier rein geben. So, ich bin jetzt nochmal ans Fenster gegangen, weil da ist besseres Licht. Und so sieht das jetzt mal aus. Ja. Es ist leider nicht komplett voll geworden. Ich habe gerade das Video geschnitten und ich habe vergessen, die Endzähne zu drehen. Und deswegen mache ich das jetzt. Und zwar... Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und... Ja. Wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare und dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.